Das Bergische Städte-Dreieck Wuppertal-Solingen-Remscheid ist durch eine starke Industrie, durch auffallende Exportorientierung gekennzeichnet. Es lebt in seiner Innovationskraft vom Transfer zwischen der Bergischen Universität und den ansässigen Unternehmen. Im Wettbewerb müssen sich Regionen heute auch international erkennbar aufstellen. Das tut diese Region unter der Überschrift Kompetenz hoch drei. Ich wünsche vielen Investoren, dass sie den Weg in diese Region finden. Die Ansiedlungsbedingungen sind attraktiv und Sie sind herzlich willkommen.